Wenn du keinen Mut hast, hast du vielleicht keine Gelegenheit, eine deiner anderen Tugenden einzusetzen. Wie viel Mut kannst du aufbringen, um dein volles Potenzial zu entfalten? Jeder, der dir sagt, dass man mit Geld kein Glück kaufen kann, hatte nie welches. Wie stehst du zu Geld? Bist du abhängig davon? Ist es schlecht für dich? Oder siehst du es neutral als Motor, um Dinge umzusetzen? Wenn man die Möglichkeit hat, seine Stimme einzusetzen, sollte man sie nutzen. Wofür möchtest du deine Stimme nutzen? Maler stehen auf und malen. Schriftsteller stehen auf und schreiben. Ich stehe gerne auf und spiele. Das ist keine große Sache. Es macht mich glücklich. Tust du etwas, was dich glücklich macht, fällt dir alles einfacher. Du hast nur ein Leben. Du solltest es so leben, wie du willst. Lebst du dich im Moment schon voll und ganz aus? Stehe auf für das, was richtig ist. Mache einen Aufstand und bewirke eine Veränderung. Du wirst vielleicht nicht immer beliebt sein, aber du wirst Teil von etwas Größerem und Größerem und Größerem als du selbst sein. Außerdem ist es extrem cool, Geschichte zu schreiben. Veränderst du bereits die Welt? Veränderst du bereits die Welt? Veränderst du bereits die Welt? Veränderst du bereits die Welt?